Hallo und Willkommen zurück bei Star Wars Before's Unleashed Wo sind's denn? Irgendwie waren hier noch grad Sto-Trupper so sehr Und da sind's auch schon Er geht fliegen Er hat mich noch getan, ich tue ich nichts Der blinde... ey! Ich glaub wir sind hier immer hier tutmögen Was bist du denn für einer? Ich find das rote Licht vielleicht ja nice, aber haben wir schon einen anderen Kristall? Hm... Oder andere Upgrades Ja blau Dann nehmen wir das mal Ja, passt besser Jetzt sind wir ja so nicht mehr auf der Seite des Imperiums Jetzt sind wir erstmal gegen das Imperium Haben wir schon ein paar neue Kostüme? Ich bin grad so ein bisschen neugierig Kopfgeldjägerverkleidung Lassen wir erstmal die Und metzeln uns mal ein bisschen weiter, ne? Das sieht doch nice aus Das sieht doch nice aus Ja komm Bist zwar blind aber kannst du auch laufen oder? Eins? Mehrere? Oh, der ist schon geflogen Oh, der ist schon geflogen Oh, das ist verrückt Das war wohl nix Das war wohl nix Das war wohl nix Ich hab hier ein Problem Überall Imperial Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock So So Klappen wir mal Na sind wir noch ein paar Hohle gerade vollsteckt? Da sind wir noch ein paar Hohle gerade vollsteckt Oh Wo ist mertende Idee? So Das ist doch Bist du bist Bist du bist? Bist du bist? Bist du bist? Bist du? Bist du? So, jetzt kommt Von den ganzen Tag Zeit So, die Böden auch wirklich nicht Bist du ein Headman-Shit oder was? Weck ein General Weg mit dir So Könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Ja, das denke ich mal auch die ganze Zeit Dass er sich mal ein bisschen schneller bewegen kann Haha, noch so ein Sniper Ich hoffe, dein Schiff ist nicht allzu weit weg Noch weniger trinken Kommst auch schneller vorwärts Oh Gott, wer Die haben Sendepause Hier ist nix Hier geht's nur abwärts Könntest du den Macher bügeln vielleicht? Was ein Licht sperrt Nutz es auch Du hast die Leute hier wütend gemacht Ja Ach Gott Und wieder noch Das ist schön Und wieder noch Das ist schön Was ist das? Wir kämpfen, wie das denn? Ich suche nochmal was. Mach uns nicht aus. Oh. So. 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 Das war eine Schattenwache. Das war eine Schattenwache. Wo ist dein Schiff? Das war nur ein kurzes Level, ne? Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Hm. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Äh, was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Na, da bin ich mal gespannt. Junger Jedi und Sub kommt on Tour. Wonach suche ich hier eigentlich, General? Wenn du es siehst, wirst du es schon merken. War nur hier aber nicht an Anfang mit Lord Vader? Wie ein Bildschild ist das? Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Was? Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Ich, äh, mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Hm. Die spülen mit Feuer. Ja, wir haben den Ort uns ein Kindheit entdeckt. Bevor wir da uns, äh, nicht führt, hat, sag ich mal so, ganz gut. Er hat offen mit dem Pumper, ich habe mir hier verbrennt euch heute nicht. So. Oh Gott. Ist ja so lebenswüde. Mal schauen, ob man irgendwie was bei der Macht machen kann. Irgendwie ein paar Upgrades. Weil wir hatten ja ein paar Aufstiege. Oh, mal eben anders setzen. Ähm, Macht Schub, Macht Blitz, Macht Angriff, Rückstoß, Macht Richt, Schwert, Wurf. Dann kommen wir mal den Macht Blitz, da war bei 4, haben wir. Ähm, Griff. Macht Fokus, Macht Vitalität, äh, Affinität. Ähm, auch da sind ja noch ein paar, die habe ich noch gar nicht geskillt. Ha. Kampf, Meditation. Schwertbeherrschung, wäre mal nicht schlecht. Und Affinbeherrschung, so. Noch nicht frei, noch nicht frei, noch nicht frei, noch nicht frei, noch nicht frei. Ähm, Fählen, dass er sich gut hat. Ja, und dann nehmen wir jetzt noch mal den Luftangriff. Äh, Luftangriff, so. Da hätten wir das auch schon mal hinter uns wieder. Ja, dann machen wir jetzt mal noch ein Blick vor Höhe. Liege ich erst mal. Oh, dann lassen wir das dicke Ding hier platt. Nein, die fängt nicht auf die Schade. So. Oh, dann machen wir das. Was das mit den Verservables? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Hm. Kannst du mir da? Kannst du mir da? So weit gesprungen. Verdammt. Aber ich will ja die Dinger unbedingt haben. Naja. Wo starten wir? Perfekt. Jawohl. Mein Gott. Das kann doch nicht so schwer sein. Schon wieder zweimal gestorben. Ich sterbe lieber im Kampf als durch solche Lapalien. Nee. Nee, nee, nee. Nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Und flog. Oh! Der flog aber weit. Das kann doch nicht so schwer sein. Dann ist noch einer. Das kann ja gut sein. Ich hoffe mal wieder nicht. Das ist ein Fugtor mit der Ehe. Zerstören Sie ihn, um die imperialen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. Was ist denn da, mein Mann? Gibt auch Gibt auch Gibt auch Ich weiß nicht, ob ich hier runterfüge Nein 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 Mein Gott Ich bin auch so vorsichtig, habe ich manchmal das Gefühl Naja Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich hoffe es euch gefallen Mir auf jeden Fall Und bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal